willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal heute werden wir wieder pokémon showdown im juju tier spielen und dieses mal werden wir ein hyper offence team spielen bestehend aus rebombi, necrosma, keldio, tornadoes t, lycanroc in the dusk farm und digasby. wir haben hier in diesem team ein lead pokémon das klebenetz einsetzen kann dazu kommt es auch moonblast, bugbust und skillswap wechselt die fähigkeit mit dem gegnerischen pokémon also wenn er zum beispiel keldio hat bekommen wir justified und nur er bekommt shield dust die fähigkeit kann uns ein paar mal helfen zum beispiel ein zweimal hat sie funktioniert zum beispiel magic bounce von haterina oder bastien boost von celesteel oder nihil lego dann kann uns die fähigkeit schon also die attacke schon helfen aber sonst ist nichts es soll einfach nur das dickwave rauslegen und die anderen pokémon sollen uns das game gewinnen dazu haben wir necrosma mit autonomize, photon, gazer, meter, beam und heatwave wenn wir meteornenstrahl drücken triggert die attacke dank power herbst sofort und dann macht die attacke sehr guten schaden und unser spezialangriff steigt nun plus eins was sehr schön ist. photon, gazer und heatwave sind die anderen tacken heatwave für stahl pokémon wie sherms zum beispiel dann haben wir noch ein call mein keldio mit cedarwasser, sacra, sodden substitute, full speed, full special attack dann haben wir ein ternatees team mit nastyblot, tball, psychic und focusblast auch wenn es sich boosten kann wir müssen uns nicht boosten um sehr guten schaden zu drücken 390 special attack mit step downer bits das macht schon sehr guten schaden dann haben wir noch ein lycan rock in the dusk farm wie gesagt es kann stone age close comeback crunch und acelerock durch die fähigkeit tough claws werden nahkampf crunch und acelerock geboostet was sehr schön ist man könnte sagen wir spielen hier ein hypo offens team also spielen vielleicht der steinkante schwertanz aber seht euch an dieses pokémon ist es nicht so bulky und es macht ja auch dank die fähigkeit tough claw von lifehap schon guten schaden und dann haben wir noch diggis b mit spärzanz megakick e-gion quick attack es ist schön eine sehr starke prio zu haben fähigkeit huge bow also kraft close diese fähigkeit sorgt dafür dass unser angriff verdoppelt wird und dann hat diggis b einen angriff über 460 und so macht es schon nochmal guten schaden dank silkscalf mit dem megakick und natürlich auch druckzug kipp nochmal geboostet dies ist unser team und nach ja wir können uns erlauben hier zum beispiel ein hartes wesen zu spielen denn wenn das kleben jetzt draußen ist ausbieten wir sowieso eigentlich das meiste mit diggis b auf jeden fall leute werde ich jetzt den ersten gegner suchen so wir haben den ersten gegner gefunden jetzt hutsasser garados kobalium zeigert ein apokvalyp und trickfall seht euch das team an und mir ist gleich aufgefallen sunroos macht enorm schaden auf plus 2 können wir alles zuschorten und müssen auf ein scar stricke fall aufpassen und zeigert ist sowieso schneller auf die beiden pokémon müssen wir aufpassen kobalium ist auch schneller sunroos aber beide steps resistieren wir wir werden auf jeden fall mit rebound beliebt er könnte die hesards nur mit auflocken von trickgefahrlots äh ja weg zu aber ich frage ich jetzt brauchen wir hier das zigweb für zeiger eigentlich nur deshalb und vielleicht für noch kobalium aber wir werden jetzt einfach mal das kobalium mit momonkewall anschippen sehr schöner schaden boah switch das passt schon und jetzt sehen wir ob der gegen scar fahr hat oder nicht er geht in den munkel schön wir können das kleben jetzt rauswerfen er sport und das ist ja schon es kann er keine weiteres pokémon ansporn so er könnte hier er wird hier wahrscheinlich auf die gifthacke gehen deshalb gehen wir in wir könnten in light rock gehen so bekommen wir das gift schaden ab oder geht in high dragon gut wir sind normalerweise schneller deshalb gehen wir auf nahkampf und wenn er uns als hios bietet ist es gaff und das ist auch schon gut zu wissen er aus bietet uns nicht und wir können das pokémon one shotten sehr schön gut und der gegner hat es hier gerade aufgegeben wie man hier sieht okay passt schon dann werde ich nun den nächsten gegner suchen wir haben den nächsten gegner gefunden jetzt hutsasser galalamus slow king interessant auf jeden fall stahlerbohr kelde und mode grace so was von unseren fünf pokémon also nicht und rebond gezielt von unseren damage stehlen kann am meisten schaden machen like rock trifft vier pokémon sehr aktiv alle bis auf hutsass und kelde nastyblood sunrose ist gut schwerten stickers bist auch nice wenn auf jeden fall mit rebond belegen aber die frage ist brauchen wir das stickweb er spielt wahrscheinlich kein scarf ihr wisst schon starloboa und kelde brauchen wir das ist auch nicht vielleicht wegen light eikenrock und die gesp schonen wir lieben einfach mal mit rebond be er lieben in excatryl er ist moldbreaker gut wir werden das stickweb lieben bringt uns das was er wird die rocks rauslegen und er wird sowieso am ende mit rapidspeak killen also werden wir einfach mal raus wechseln keldeo er geht gleich auf rapidspeak gut wir können hier auf das siedewasser gehen er wird besiegt oder er wechselt aus und ein pokémon kann verbrannt werden er geht in slowking und wird slowking verbrannt hoffentlich crit burn schade nur in krit gut wir gehen in rebond be er kann hier auf teleport gehen das passt auch prediken wir den teleport und gehen auf den sap wird natürlich 26 prozent schaden bekommen und wir werden es einfach mal teleport prediken pseischock schade die bridge hat es nicht gepasst wir gehen einfach eine rebond be er geht auch hier auf pseischock ja und wir können hier einfach mal auf buckbust gehen und wir können das lowking fast kill machen auf jeden fall guten schaden jetzt müssen wir die gegner mit einem pokémon pressern und wir können hier einfach mal auf buckbust gehen und wir können das lowking fast kill machen auf jeden fall guten schaden und das wird einfach mal dickes bies sein denn wir können hier mega kick drücken hier 144 base power durch silkscarf stab die gesperten guten angriff solange die attacke trifft machen wir enormen schaden er kann nichts rein nächsten stahl aber wir vielleicht dann noch ein durch ein ruck zuck getroffen wir müssen auf jeden fall treffen ekyo wäre hier auch eine gute wahl aber er hat modress deshalb ist der mega kick die richtige wahl wenn ein modress geht und wir treffen können wir verbrannt werden aber das glaube das wäre auf jeden fall so tot durch ein mega kick hoffentlich trifft die attacke und der gegner lässt sich auf jeden fall zeit wir könnten hier eigentlich auch auf schwertens gehen und kalken oh vielleicht ein quick attack ausrechnen würde um labros zu besiegen aber sind wir mal ehrlich das pokémon ist sehr bulky und es ist ein legendäres pokémon und wenn ihr hier drinnen bleibt ja dann verlieren wir dickes b wir treffen und die aufwärts lowking sehr schön jetzt sieht mir grosmason richtig nice aus wir treffen alle pokémon sehr effektiv Excadrill darf hier haben wir erdbeben er kann uns nicht zuschotten wir können ihn auf sein sash run schlagen und mit quick attack können wir ihn rausnehmen oder er hat wahrscheinlich die überreste getragen was ich mir auch sehr gut vorstellen kann gut keldio ist die frage drücken wir quick attack hm brauchen wir den rp wegen galala lamus das ist die frage wir gehen in unser eigenes keldio denn ich denke es nicht dass er hier auf die kampf zack geht er geht hier auf die wasser zack ach wäre der bönig gewesen hätten wir die zack überlebt wir gehen am set resort wir gewinnen das speed z was sehr gut ist so skull trifft und jetzt können wir in necrosma gehen und einfach mal photon gazed oder wisst ihr was wir drücken autonomize denn er bleibt wahrscheinlich drinnen und macht uns damage und deshalb bringt uns dann autonomize mehr denn dann sind wir auf jeden fall schneller als das lovers wenn es offensiv wäre oder geht hier in slow broso das passt auch er wird hier auf eine gift attacke gehen und dickes peak kann sie wahrscheinlich nicht mehr tanken wir gehen einfach mal auf meteor beam holen unseren booster hoffentlich treffen wir sehr schön shell sidearm was macht die attacke nochmal also ich habe noch nie die galar also galar lamus und galar lusho king gespielt shell sidearm es macht kontakt physikal egal wir gehen einfach mal auf photon gazeder machen auf jeden fall sehr guten schaden wir können ihn two shotten eine attacke müssten wir überleben oder wir gritten und können das pokémon ausnocken das passt schon dann ist es eigentlich ein 6 also ja dann haben wir gewonnen ich wollte 6-0 sagen aber labros tank die attacke flammen muss tanken mit einem necrosma ein beast ist und diesen kampf haben wir gewonnen da er den gegner wieder aufgegeben hat so leute ich werde nun den nächsten gegner suchen zwei kämpfe gespielt und beide gewonnen vielleicht werden wir den dritten gewinnen auf jeden fall hat er frostless krokodile kroister necrosma ein kagoron und ein tobots wir werden mit rebomb leaden ich finde generell auch für das dick web ist das ein guter lead und wir treffen rabigato necrosma tobots sehr effektiv können auf jeden fall rearm frostless frostedia two shotten sind auch schneller als das und wenn er sich mit ihren pokémon sweepen also setupen will dann ist auf jeden fall unser pokémon sehr gut vielleicht würde necrosma weil wir skills web haben dass er nicht die boosts bekommt so er geht in celestila hm legen wir wir legen jetzt mal der sticky web raus autonomize ok wir tanken eine attacke und können auf skills web gehen meteor beam er bekommt nicht die boosts dafür war zum beispiel die fähigkeit gedacht wir gehen jetzt mal auf moonblast aber der wird uns jetzt mal killen hm verlieren wir jetzt schon das ist die frage der sick web ist draußen das passt so wir müssen jetzt wahrscheinlich in necrosma gehen so celestila wird flammenwurf me ja slash meteor beam flammenwurf haben wir können jetzt mal kalken ob er uns auf plus eins unter sunrose besiegt one shotte das will ich jetzt mal kalken kalk es ist das erste mal dass wir uns in diesem video ein wenig sein lassen für uns hören aber ich denke das können wir auch tun sunrose terrier yoyo nasty blocken celestila celestila yoyo autonomize sweeper auf plus eins meteor beam funktioniert nicht also wir tanken auf jeden fall eine attacke und können ihn damit seabold one shot dice zum beispiel skills web hat hier etwas gebracht denn sonst hätte er uns hier schon ja besiegen können dann wäre er auf plus zwei mit ja celestila hätte er uns dann gekillt hm auch nicht aber das passt schon und er wechselt aus weil er zu große angst hatte so wir können hier einfach mal auf focus blast gehen also wir mussten hier safe bleiben ich denke wir werden hier raus wechseln in sunrose brauchen wir auf jeden fall noch für celestila und sieht generell in diesem matchup sehr gut aus wir geltend gehen in keldio iq fangen wir gut ab knockoff passt schon macht keinen schaden der attack boost bringt uns jetzt nichts gut wir gehen hier einfach mal aufs gold wir haben hier nichts zu verlieren necrosmo könnte verbrannt werden auch wenn wir davon ausgehen dass er speziell ist da mito beam einfach so eine gute attack ist und er opfert rabigato das passt mir auch ok gut er kann wieder celestila gehen aber bringen das nein eigentlich gar nichts das dicke web hilft uns auf jeden fall so tobos ist auf jeden fall schneller als unser und keldio kann uns auch one shotten aber ähm ja tobos kann auch nasty plot deshalb müssten wir wahrscheinlich drinnen bleiben so speed die frage ist wechseln wir aus auf plus eins also der wird hier autonomize oder photon gazer drücken wir können in unser eigenes necrosmo gehen oder wir greifen hier nochmal an scald macht sehr guten schaden autonomize er kann hier jetzt nicht auf meteor beam gehen denn die attacke killen uns nicht da wir sie resisten gut passt so mhm auf plus eins ist er auf jeden fall schneller meteor beam kann er drücken gehen wir in unser eigenes necrosmo also dass wir die meteor beam von den beiden pokern weg haben ist sehr nice so digger speed digger speed will vielleicht auf ja müssen jetzt auf jeden fall also man sieht dass necrosmo eine richtig richtige bedrohung ist necrosmo meteor beam gegen ein bigger speed reicht er beben aus ja wisst du was mich interessiert gerade bei den viability rankings wie hoch ist necrosmo gelistet das interessiert mich gerade schon mhm ist es im a-rang zumindest das pokémon ist nicht mal im a-rang was nur im b-rang oh lull ja dann gehen wir in digger speed wahrscheinlich weil er ohne boost nichts one-shotten kann so obwohl es ne sehr gute coverage hat gut wir tanken eine attacke können auf eq gehen wir können celestealer vielleicht prediken aber das gehen wir mal nicht ein so die frage ich habe nur eine angst dass das auto aus das gar also sehr schwere so eine frage so eine frage celestealer ist im a-rang kluister austaus in welchem rang ist das kluister kluister normales ist dieses weit unten angesiedelt kluister kluister ist auch im b-rang interessant und wir überleben foto und gaison können necrosmo killen sehr schön gut gut er geht hier in kluister wir gehen hier auf eq er kann shell smashen wenn er will ja das tut er auch aber quick attack plus acel rock wird ausreichend um das kluister zu besiegen passt und dann steht es 3 zu 3 für wen sieht es besser aus wir haben noch unsere necrosmo und wir können uns set up und das passt schon hmm toboots ist zumindest das schnellste pokémon aber toboots kann auf jeden fall unser necrosmo nicht zushotten kann es überhaupt sehr effektiv treffen wir haben auf jeden fall hätten wir hätten eine gute fähigkeit auf necrosmo prisma armor also passt das schon so 10 prozent schalten wir kommen wir durch den liebens ab wenn der toboots geht gehen wir auf acel rock denn er ist schneller kann wahrscheinlich one shoten oder set up sich deshalb ist der acel rock immer besser gut wenn der celestealer geht gehen wir unser zangruder sonst drückt mir immer acel rock das wird auf jeden fall der play sein obwohl wenn er in frostless geht dann können wir crunch drücken wir tucker kill das safe und sie trifft auch 100 prozentig und wir sind auch schnell durch das klebenetz also wie gesagt wir gehen hier auf acel rock wenn er sich boostet das wollen wir auf jeden fall verhindern energy ball killt uns gut und wir gehen jetzt in unsere crossword drücken autonomize da sind wir schneller als alle seine pokémon sind wir auch schneller als scuff artself 400 504 und 540 nein sind wir nicht aber scuff artself wäre eigentlich keine bedrohung als wahlschal toboots frostless ok wir sind jetzt auf fucking plus 2 im suite können wir auf meter beam gehen können das frostless hier raus also wenn wir treffen haben wir das game verloren sonst haben wir das game gewonnen poltergast hat nicht funktioniert da wir kein item hatten also ja gut photon geyser killt das pokémon er gejogt ich dachte er geht auf spukball denn ost jedi hatte keinen guten angriff oder nur einen guten spezialangriff und ich glaube generell hat es keinen guten spezialangriff oder angriff sonst also was hat er sich dir gerade gedacht 80 80 jetzt ja gut aber meist spielen wir es nur mit ice beam gut dann haben wir das game hier gewonnen also man könnte sich jetzt fragen warum ich jetzt zum beispiel keine tanschenden spiele so könnten sich von einem pokémon zerstören wie zum beispiel von frostless aber das dickweb reichen und das team macht ja schon guten schaden und die haben zwei prios muss man auch sagen und es funktioniert auch wie man hier sieht sogar sehr gut so aber wir haben auch schon ein paar runden überlegen müssen was wir drücken wir hatten einmal nur 60 sekunden aber das passt schon wenn wir uns pro kampf 2 3 runden länger zeit nehmen dann passt schon und der gegner hat schon wieder aufgegeben na gut dann werde ich den nächsten gegner suchen wir haben den nächsten gefunden und er spielt ein komisches team ich hoffe ich hoffe ich hoffe so heißt es im deutschen quack so flitiamo kaput hobs wenn ihn lachs und lux trau ok wir lieben mit rebombi ja ein komisches team will er light clay drücken wir gehen einfach mal auf das dickweb ja gut dann gehen wir weiter aufs dickweb passt schon wir verlieren noch nicht unsere rebombi passt und wir gehen einfach mal auf auf moonblast also ich da ich hatte ich hatte eher größere angst vor aurora aurora wheel gehabt was auch jetzt drückt so wir gehen in thunderous sind wir langsamer ja und wir gehen einfach mal auf er sailrock und killen das venilux ich denke auch wenn aurora wheel draußen ist das sorgt dafür dass alle attacken 50 prozent weniger schaden machen also macht sie nur noch die hälfte aber wir können das und killen war der grid notwendig ich weiß es nicht so wir haben auf jeden fall verhindert dass ein flitiamo gehen kann da wir mit light rock draußen sind so luxtra hm gehen wir in sunroof und prediken prediken elektrotak oder geht auf nahkampf sunroof wäre generell die bessere wahl oder brauchen wir unser lichen rock noch hm wir sind der schnellste monstreff alles bis auf quaxus und luxtra sehr effektiv wir gehen in sunroof wir prediken einfach mal close combat oder donna blitz ja gut dann gehen wir einfach mal auf die psychokinese erst nur fluss eins und was will er hier drücken kann der eiszahn fassade okay also wie konnte ich das vergessen ähm ok sweep uns jetzt ein luxtra so diggersp swordstand gegen ein luxtra 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 guts flame burned fassade würde uns zu also wir haben keine hp nisten nein also er würde uns zu 12 prozent killen dann geben wir den diggersp und drücken den eq also wenn ihr die 12 prozent bekommt ja gut adamant also wenn der adamant ist ja gut so nekrosma 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 meteorbeam der tankt auf jeden fall eine attacke und dann müssen wir auf warte mal wir werden auf plus 1 wenn wir meteorbeam drücken und dann killen wir das ding oder durch ein burn stirbt ihr ja gut hm oder drücken wir hier autonomize hm wir gehen hier auf meteorbeam fassade tanken wir die attacke tanken wir zum glück mit meteorbeam können wir ein kill wenn wir eine gute roll bekommen sehr schön die roll war jetzt dieses mal nicht auf unserer seite aber das passt schon sehr gut das dickweb das dickweb draußen das passt schon polytoad müssen schneller als polytoads sein aus erst full speed passt und das polytoad ist das wie what the fuck wow ja gut dann gehen wir in kelly und gehen auf delegator oder wir gehen auf sagresort denn eigentlich müsst ihr uns mit psyche killen können oder wir killen es das passt auch es hat halt keine gute physische verteidigung gut lady jamu ist schneller wird auf eine psyche attacke gehen also wenn der regen weg ist haben wir mit like and rock gewonnen das auf jeden fall deshalb müssen wir wahrscheinlich mhm ja den regen outstar also ich denke davon mal ich gehe davon aus dass er eins ey wie polytoad ist denn wir haben so wenig schaden mit unserem nick rosman gemacht auf plus eins so wir gehen hier auf delegator oder warte mal er killen uns auf jeden fall nicht eine runde dann killt er uns zwei runden mit like and rock können wir ihn killen passt schon call meint passt schon holy shit machen wir schaden ok im regen ist es klar gigatrain killen uns nicht mal und können wir's woobert killen nein das speed boost ist uns komplett egal wir haben ein prio pokémon und ist der regen zumindest draußen war die evi klar also die evi war es richtig vorhergesagt wahrscheinlich ja es ist der rock für dich denn ha kann kabutops aquajit kabutops rainsweeper kann der aquajit ich hoffe nicht ach das game haben wir leider durch durch den lebensort verloren schade denn wir werden es noch schnell hätten mit acer rock besiegen können schade 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 dann werden wir noch ein game spielen das wieder auf 1260 punkte sind das wäre auf jeden fall sehr schön gut der nächste gegner zerrude meistergriff apokalypflam piva manibus und maxx wir werden einfach mal mit unserem rebombeliden sehr schön wir gehen hier auf moonblast das heißt ich habe angst vor allen die den saxlos da müssen wir schon ein bisschen aufpassen erst sogar staff keine poison danke und mit moonblast kill me und sehr schön schlaf maxx also eine erste gute runde für uns mir ist aufgefallen ich habe schon ein paar andere game von diesem team gemacht mit einem anderen account und ich muss sagen ich habe nicht so oft wirklich das dicke web rausgelegt wir gehen hier auf bugbas wir sind schnell aus der hat eine prio das zäsch oder es gab keine ahnung ja gut dann hat rebound mit zwei pokémon gekillt sehr schön wir haben das dicke web nicht rausgelegt dafür zwei pokémon besiegt ja moonblast und bugbas sind schon zwei gute attacken und rebound mit 290 special attack und 380 speed ja das ist schon sehr gut so ihr müsst jetzt einfach im meistergriff gehen und uns mit 10 pokémon besiegen das wäre sein bester play läuft sich bei der karten bis etwas zum beispiel der gegner hat den kampf verlassen hat jetzt eine minute um wieder aufzutauchen habe ich mir schon irgendwie gedacht deshalb wollte ich karten also bis gleich und der gegner hat nur noch fünf sekunden um wieder aufzutauchen sonst haben wir das game gewonnen wir haben das game gewonnen ja gut er hat jetzt nicht so eine hohe leder aber das passt schon leute ich hoffe auf jeden fall hat euch der part gefallen nächsten mal werden wir vielleicht ein nicht so offensives team spielen ich bin mal gespannt bis dann schau